Hi Freunde, willkommen zum nächsten Test. Heute sind diese Bombenrohre dran. Die sind von Klasik, sind in F3 eingestuft. Wir haben 8 Schuss in 30 mm. Das sind übrigens auch alles die gleichen Bombenrohre hier von Klasik. Wir gehen einfach mal raus und zünden eins weg. Eins hat 120 Gramm NEM. Wir hatten hier schon die Vorstellung der Bombenrohre von Nico abgedreht. Das sind 5 Schuss in F2 und mit einer NEM von 47 Gramm. Wer das Video noch nicht gesehen hat, könnt ihr mal gerne schauen auf meinen Kanal oder auch gerne mal ein Abo da lassen. Aber für heute sind erstmal diese Bombenrohre dran von Klasik. Dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal raus und zünden das Bombenroh von Klasik. Bis gleich draußen, zur Zündung. So, jetzt haben wir hier wie versprochen, das Klasik Bombenrohre 8 Schuss. F3 natürlich und da haben wir euch ja schon gefeuchtet. Ich würde sagen, ich zünde und die wird zähmt. Also ich schiefe in die Richtung. Oh, bye. So, jetzt sind wir hier.